und willkommen zum neuen part let's play selection of the skyward's heute hoffe ihr bock drauf ich habe auf jeden fall sehr bock drauf also willkommen zum neuen part wir befinden uns hier noch immer im tempel des himmels blicks ja ja und wir sind übrigens im 27 part übrigens genau die 27 folge oh mein gott das freut mich sehr so habe gleich jemand das links punkt da oben ja aktiviert dass man hier rein kommt es freut mich sehr und die musik ist wie immer supergeil hier in diesen landen ich hoffe ihr versteht was gut hier und die grafik war gerade wer mal so doof verpackt was auch immer war gepiekelt aber jetzt habe ich ja sie wieder ein knopfdruck wie er verschönerst okay sehr gut oder sagt man hier oh gott spielnet und spielnet okay danke danke weil ich danke weil ich es endlich durch darf vielen dank ja was ist nie los ich habe es gemacht ich habe nichts doch mal ist ja auch nein nicht bringt das egal ja okay alles gut ist nicht nah du scheiß afloch ey das kacke das ist echt kacke die wir rumpf und die afloch steuerung ey ich möchte nach oben ist das so schwer mann du scheiß es geht ja nicht okay es geht oder geht auch nicht geht okay sehr gut endlich mal sehr gut 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 sehr gut und mein gott die reichte mei die dumm spielen die sie echt fies aus aber gut kommen ja kann ich kann auch irgendwie abbinden auch auch mal 80 egal wenn wir müssen so 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 nach unten ist egal ich nicht schlimm ich schon mal an bernstein hat und der gut freut mich hier freue mich so okay oder müssen da oben ja ich glaube wir müssen da oben okay alles gut ich könnte vielleicht so ungefähr wissen wir lieben ja wir von ihr durchkommt ich würde sagen ein bisschen ein schwert bisschen furchteln genau aber nach genau so gut gut getrennt scheiße alter genauso gut sein aber anders na klar man ist ja okay alles gut so aber nein 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 danke schön noch mein nein 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 nicht von mir nein 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 okay war mein fehler tut mir leid okay jetzt okay die türen die kammern zu linken und zu rechten trifft die juwelen oben einmal unten oben einmal unten okay im unten von okay ach so ich weiß okay ja ich weiß hier unten vielleicht ist hier unten was ja bestimmt ist und was ja hier ist richtig hier ist richtig genau ist richtig am unten am ok einmal unten an oben aber das heißt erst unten dann oben okay der untere er muss unsere nacht da unten ach was unten ist unten ach es ist egal oder ja es einfach egal jetzt kommen es ist egal glaubt man doch ist egal müsste da sein jetzt fließt wasser okay es fließt wasser hier rein okay nicht schlecht ach ja du bist an die war dem lausen kommen auf teil so ein bisschen area mit ja dann ist auch so ein bisschen an seiner kommen auf time okay und hier ist noch was okay da braucht man wohl auch an dann sind item okay da braucht man test es noch ein alter okay wie fies wie fies okay aber alles gut ich weiß jetzt alles gut es macht spaß nur manchmal ein bisschen fertig aber gut ich weiß jetzt nicht was ich zu tun habe ich weiß ja nicht was ich zu tun habe aber gut vielleicht mein herz gebrauchen oder muss jetzt hier raus doch ich glaube ich müsste sie raus doch ist so oder da von klassen das so ist ich habe da früher immer super lange gebraucht nach wo die von diesen dann schon immer den richtigen moment und richtigen eingang einmal zu finden ich meine immer hier ich hatte immer zu finden also ich glaube ich habe immer mit probleme gab mit diesen schalter suchen und wo können sein wo können nur sein nicht weiter da die echt probleme mit beim erst mal durchspielen aber gut okay 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 ist er hier irgendwo man ist aber echt gemein ey echt gemein oh gott ja ich hatte echt probleme das war auch ein wenig nicht so gut von mir was soll's okay also noch nicht mal wo ich hin muss im internet nachgucken soll oder oder muss man hier oder jetzt hier rein doch kann man aber dafür brauchen schluss okay hierfür braucht man okay ich habe auch halt auch gar nichts hat nichts aber gut doch gott jetzt so auf und vielleicht ein ja daher genau hier hier wo ich ziehe ist das denn oder doch nicht aber dann geht es irgendwo hin dann geht es irgendwo hin dahin okay dann geht es dann geht es da ist halt nix, da ist nix na ist egal, komm ich würde sagen, Leute wir machen mal den nächsten Papst weiter ich sage jetzt bis zum nächsten Mal, euer Mario Pal 10 Fan, Ablog Fan Timka, habt mir wieder viel Spaß gemacht dann sage ich jetzt Servus Schau Leute, Tschüss